Falls ihr eure Excel-Tabellen auch mit mehreren Personen nutzt und dort benutzerspezifische Filterungen, Einstellungen vorgenommen habt, kennt ihr wahrscheinlich auch das Problem, dass man nach kurzer Zeit diese Filterung wieder neu einsetzen muss, weil irgendein Kollege diese kaputt gemacht hat. Das regt uns auf, das klaut uns Arbeitszeit. Doch um das zukünftig nicht mehr zu haben, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar befinde ich mich jetzt hier in der Web-App von Excel und habe die Tabelle geöffnet, um die es geht. Um nun jetzt diese besagte benutzerdefinierte Filterung einsetzen zu können, müssen wir allerdings einmal die Excel-Tabelle in Excel Online öffnen und dort können wir jetzt unsere Filterung einstellen. Vorab müsst ihr natürlich nochmal sicherstellen, dass der Filter auch wirklich gesetzt ist und dass sämtliche Filter ausgeschaltet sind, sodass ihr eine blanke Filterung vor euch habt. Nun können wir, wenn wir auf einen dieser Filterpunkte klicken, sehen, dass hier eine Tabellenansicht existiert. Diese ist jetzt hier auf Standard gesetzt und wir möchten eine neue Tabellensicht erstellen. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier links und oben so einen dunklen Rand erhalten und können jetzt damit beginnen, unsere benutzerspezifische Filterung einzustellen. Für Testzwecke sollte das schon mal genügen. Wir haben jetzt hier den höchsten Umsatz oben und den geringsten unten. Hier oben haben wir die Übersicht, dass es eine temporäre Ansicht ist. Diese möchten wir nun auf unsere persönliche Ansicht umändern. Nachdem wir den Namen eingetippt haben, können wir einfach mit Enter bestätigen und im Dropdown haben wir nun zwei verschiedene Ansichten. Um den Bearbeitungsmodus nun zu verlassen, klicken wir hier einfach auf Beenden und die Ansicht ist auf den Standard zurückgelegt. Das können wir hier oben auch sehen. Um nun in unsere persönliche Ansicht zu kommen, gehen wir einfach hier oben drauf und klicken auf Ansicht persönlich. Und wie ihr seht, haben wir hier wieder unsere persönliche Filterung drin und können die Tabelle so nutzen, wie wir es gerne hätten. Hier oben haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, Optionen auszuwählen und hier können wir dann unsere erstellten Vorlagen auch umbenennen, duplizieren oder löschen. Und natürlich können wir dann auch über den Button Wechsel zu entsprechend in dieser Ansicht springen. Nun, wie ihr gesehen habt, ist das Erstellen dieser Ansicht recht einfach und schnell umsetzbar. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit und vor allen Dingen auch Ärger man sich damit sparen kann, ist diese Funktion auf jeden Fall zumindest ein Test wert, um zu schauen, ob der Mehrwert wirklich so gegeben ist, wie eben demonstriert. Und dann können wir das Erstellen dieser Ansicht auf jeden Fall sehen.